Und damit mal wieder hallo und herzlich willkommen ihr Freunde des gepflegten Klembar Steinbost. Und zwar heute mal wieder zu einer Review zu einem Sluban Set. Ist ein kleiner Happen für zwischendurch. Ich habe mir dieses Set aber mal gekauft, weil zu dem Zeitpunkt, als ich das Set gekauft habe, ist Supermax Max Verstappen himself gerade Formel 1 Weltmeister geworden. Das Ganze war ja auch nur umstrittene Geschichte und ich will ja gar nicht auf dieses Formel 1 Thema so tief drauf eingehen. Aber ich habe gedacht, treffen wir doch mal den Zeitgeist und holen uns da ein Sluban Set zu einem Formel 1 Thema, was gelindig gesagt ein bisschen vom Aussehen angelehnt ist an das Red Bull Fahrzeug. Ja, es ist natürlich schwarz anstatt dunkelblau, aber sonst ist da zumindest der Farbton, den es treffen soll. Doch würde ich sagen zu sehen. Ich meine, wir sind absolut weit genug weg, um zu sagen, dass es keine Lizenzverletzung gegen Red Bull oder ähnliches ist. Aber trotzdem wollte ich das mal erwähnt haben. Nicht, dass es da Streitigkeiten gibt. Das Set ist ein ganz, ganz kurzer Happen. Hat 120 Teile, ist die M3-8B0677 von Sluban. Ich habe es selber mal wieder aus China importiert, weil es in Deutschland relativ teuer war zu dem Zeitpunkt und das war mir die Originalverpackung nicht wert, dann 12 Euro mehr zu bezahlen. Ich meine, das ganze Set hat nicht mal 12 Euro gekostet in China. Und ja, wir haben mal wieder so eine Sluban-typische Auffaltanleitung dabei. Geht hochwertiger, aber geht auch schlechter, wie wir bei einem bestimmten Wange-Set gesehen haben. Das ist schon in Ordnung. Ich meine, es ist ein 120 Teile-Set für um die 8 Euro. Und ja, das ist keineswegs ein Schnäppchen. Also, es ist keineswegs ein Schnäppchen. Das muss da schon mal gesagt sein. Es ist ein angemessener Preis, wenn die Teilequalität stimmt. Aber Sluban ist kein Billighersteller mehr. Und an den Gesichtspunkten müssen wir Sluban dann halt auch messen. Was als erstes schon mal auffällt, wir haben mal wieder einen Stickerbogen dabei. Die werde ich höchstwahrscheinlich bei diesem Set aufkleben. Weil ich dieses Set an einen Zuschauer weiter verschenken möchte. Der hat gesagt, er möchte die Sticker sowieso draufkleben. Da soll ich es machen. Ich habe ihn schon vorgewarnt, dass die dann wahrscheinlich nicht die schönsten Sticker wären, die er je auf dem Set hatte. Aber er meinte dann halt, okay, das macht im Endeffekt dann so ein Geschenk von Valleybrick eben auch aus. Dementsprechend klebe ich sie diesmal mit drauf. Bin auch der Meinung, natürlich wäre es als Druck schöner gewesen. Aber wir haben hier ein 120 Teile-Spiel-Set. Ich verstehe, warum Sticker beiliegen. Trotzdem, keine Frage, schöner sind immer Drucke. Nehmen wir die Teile mal zur Seite, gucken wir uns noch kurz die Anleitung zusammen an. Wie gesagt, ist eine Sluban-typische Auffaltanleitung. Es wird ausgegraut und das, was gerade gebaut wird, ist in Vollfarbe dargestellt. Insgesamt haben wir 19 Bauschritte für diese 120 Teile. Das hört sich eigentlich nach einem ganz guten Kompromiss an. Ansonsten haben wir noch so eine Explosionszeichnung von der Minifigur, die mit dabei ist. Und viel mehr gibt es dazu eigentlich nicht mehr zu sagen. Ich bin der Meinung, ich habe sowieso schon wieder viel zu viel rumgelabert. Lasst uns mal einfach anfangen. Ich fange an zu bauen. Wir gucken uns wahrscheinlich keinen Zwischenbauschritt an bei so einem kleinen Set. Das Set wird als nächstes, wenn ihr mich wieder hört, fertig sein. Dann gibt es natürlich wieder wie immer eine Kaufempfehlung oder nicht Kaufempfehlung in dieser Review. Und ich wünsche euch wie immer viel Spaß. Und fertig ist das lizenzlose Slooban Formel 1 Car. Und ich muss sagen, das ist ein ganz netter Snack für zwischendurch. Ja, der Bau ist nicht gerade langwierig. Also ich habe da jetzt 15 Minuten dafür gebraucht. Wenn man es zwischendurch macht, noch ein bisschen abgelenkt ist, vielleicht nur mit jemandem quatscht, dann hat man da vielleicht eine halbe Stunde von. Aber ich habe ja schon öfter gesagt, Slooban kann kleine Sets. Kleine Sets von Slooban. Da reicht die Teilequalität aus. Da reicht denen eure Idee und ihr Verständnis vom Bauen aus. Und das bestätigt sie auch hier wieder. Zumeist, wenn wir dann in Richtung größere Slooban Sets gehen, hat man einfach seine Schwächen. Und die Schwächen kann man meistens dann mit dem Preis nicht mehr rechtfertigen. Aber das ist halt ein kleines Set für zwischendurch. Wenn man sagt, der Enkel ist ein großer Fan von Formel 1, sieht vielleicht noch die kleine Parallele zu Red Bull, dann kann man das einfach mal kaufen. Da wird sich darüber freuen und gut ist. Das ist ein Set, was niemanden vom Walker haut, dass sie alle denken, wow, was ist das denn? Und das hat Slooban halt hier verstanden. Vom Aussehen her finde ich das Fahrzeug für den Maßstab wirklich, wirklich gut gelungen. Also wenn man es vergleichen möchte, ist es von Red Bull wahrscheinlich eher ein RB10, beziehungsweise auch ein RB12. Kommt darauf an, was man da miteinander vergleicht, ob die Heckpartie oder den Frontflügel. Am ehesten ist es eine Mischung aus beiden Fahrzeugen. Aber das ist halt auch eine Stärke meines Erachtens von dem Set. Man kann damit, wenn man sich eine kleine Rennstrecke gebaut hat, damit fahren und so tun, als wäre es ein Red Bull. Ich meine, Kinder haben Fantasie. Kinder brauchen die Lizenz nicht unbedingt. Die haben Fantasie, wenn die damit spielen. Und mit Lizenz wäre das Ding viel, viel teurer geworden. Das weiß man jetzt schon. Und ich habe es lieber so, wenn sie dann wirklich ein Red Bull-Fahrzeug nehmen, mit sämtlichen Beschriftungen und Partnern, was aber nicht lizenziert ist, wo dann draufsteht Red Bull oder sowas. Da finde ich es schöner, wenn sie quasi eine eigene Idee machen. Schon in Anlehnung an so einen Red Bull, auch von der Farbgebung her. Aber das hat nie wirklich so touchieren, dass man sagt, die wollen ja einen Lizenzverstoß begehen. Ich meine, natürlich gibt es hier Sachen an dem Set, die nichts mit Formel 1 zu tun haben. Vom Aussehen her, von Größenverhältnissen her. Ist ja auch logisch, wie soll man denn auf 100 Teile ein perfektes Formel 1 Fahrzeug bauen. Ist auch logisch, wir haben hier Reifen mit Profil und das haben wir in der Formel 1 nicht mehr. Zumindest im Slick-Bereich. Das sind halt Sachen, über die beschwert man sich in so einem Maßstab und in diesem Preisbereich nicht. Und wir haben hier aber auch Defizite, was das Spielen angeht. Weil ich kann das jetzt ja mal ein bisschen rumschieben, also die einzigste Funktion ist im Endeffekt, dass es fährt. Und dann geben wir uns mal die Geräuschkulisse. Ich meine, wir kennen alle noch die legendäre Zeit vor der Hybrid-Ära. Und ich blende davon auch gerne nochmal ein paar Rennszenen ein. Das hängt aber damit zusammen, dass die Achsen hier einfach zwischen Bricks, die eben so ein Loch in der Mitte haben, durchgesteckt werden. Und die liegen da auf und natürlich gibt es da Reibung und so ein Geräusch. Lustigerweise ist dieses Geräusch aber nicht da, wenn man das wirklich zusammendrückt. Dann fährt er ohne das Quietschen. Also einfach immer dem Junior Bescheid geben, bitte drück ein bisschen auf das Auto, wenn du fährst, weil ich kann nicht mehr hören. Ansonsten, wie gesagt, ich finde für den Maßstab ist das Aussehen von so einem Formel 1 Fahrzeug sehr gut getroffen. Dann haben wir hier noch so eine kleine Figur mit dabei. Sluban hat ja Figuren, die weit weg von der Lego-Figur sind, ist aber dann immer Geschmackssache, ob die einem gefallen. Ich finde die eigentlich ganz putzig. Sie ist halt sehr generisch, ne? Also wir haben eine Brustbedruckung, sonst haben wir gar nichts, sonst ist der komplett in schwarz gekleidet. Und meiner Meinung nach ist das Gesicht eine mittelschwere Katastrophe, also setzen wir den Helm schnell wieder auf. Aber wie gesagt, das ist in Ordnung. Das ist in Ordnung, das reicht, um sich's reinzusetzen. Und dann hat das Auto eben den Fahrer. Dementsprechend gibt es für mich halt so ein kleines Zwischendurch-Spielzeug. Absolut keine Bedenken. Und es gibt eine Kaufempfehlung dafür. Auch wenn es natürlich seine Problemchen und Fehler hat. Die sind aber relativ leicht abzustellen. Wenn ihr natürlich dieses Set selber besitzt, schreibt gerne mal eure Meinung dazu in die Kommentare. Würde mich wie immer sehr interessieren. Und ihr könnt gerne ein Abo und einen Daumen nach oben dalassen, wenn euch dieses Video gefallen hat. Wenn es auch mal ein ganz kleines Set war. Aber ich finde, so etwas gehört eben auch zur Klemmbausteinwelt dazu. Und man muss auch mal darüber mitsprechen. Und ich wünsche euch auf jeden Fall noch einen wunderschönen Tag. Haut rein, euer Bellybrick.